Also wir sind hier in Heitenried und unser Betrieb liegt da auf 750 Metern über dem Meer. Wir sind ein typischer Mischbetrieb und mit Milchwirtschaft, wenn die Kälber krank sind und Fieber haben, werden sie durch den Tierarzt behandelt und bei Durchfall habe ich das Globigen-Diastrop eingesetzt in den letzten Jahren und habe guten Erfolg gehabt mit dem und zum Teil setzen wir es auch prophylaktisch ein und ja und der Erfolg ist in kurzer Zeit sieht man es. Zwei, drei Tage sind sie wieder gesund, kurz und bündig gesagt funktioniert dieses Produkt sehr gut. Wenn das Produkt eingesetzt wird, wird es morgens und abends der Milch beigegeben und das wird gut gesoffen und bei den anderen Kälbern gleichalterigen, zum Teil werden wir es auch prophylaktisch einsetzen und bis jetzt haben wir guten Erfolg mit dem Produkt wirklich. Das Globigen-Diastrop ist eine einfache Anwendung mit dem Messbecher in die Milch geben und fertig. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020